Guten Tag, wir sind hier bei der Firma Ecker in Basel. Mein Kollege Hugh Morgan und ich probieren hier neue Trompeten aus für unser Orchester. Wir möchten die klassische und frühe romantische Literatur auf Originalinstrumenten spielen und das ist so ein Originalinstrument aus dieser Zeit. Und diese Instrumente sind heute sehr schwer zu spielen, weil sie über keine Löcher verfügen und deshalb genügen sie den heutigen Anforderungen der Zuhörer nicht mehr. Und da schauen wir, eine Trompete neu zu entwickeln, die genau gleich klingt, aber für uns Blechbläser sicherer und einfacher zu spielen ist, mit sogenannten Löchern, die sieht man hier genau. Und jetzt sind wir daran ausruieren, welches Material wir wählen wollen für unsere Trompete und wir haben uns jetzt entschieden, den Originalschallbecher auf dieses Instrument zu setzen und wir werden in einer bis zwei Wochen nochmals vorbeikommen, um die Verbesserungen zu überprüfen, die wir jetzt in Auftrag gegeben haben, damit wir dann möglichst schnell bereit sind, die Werke im Sinfoniakaster Basel auf diesen Instrumenten zu spielen.